Von allen vergessenen Räumen ist das Meer mit seinen uralten Schrecken der am meisten vergessene Raum. Die Container machen die Fracht anonym, geruchlos, geheimnisvoll, abstrakt. Der Containerhafen ähnelt immer mehr einem Lego-Kasten. Die Container Gangsterkoffern voller Dollars. Die Cynergie der Logistik, die Transporte, den Container und der große Pool der Menschen mit der einzige Idee in minden, kann das System, wie wir es kennen, überleben?